Alle glotzen immer nur. Keiner sagt was. Mein Leben ist eine einzige Katastrophe. Sag was. Das würde im Kino nie passieren. Jetzt geht der einfach. Im Film würde er sich umdrehen. Oder irgendjemand würde mich angreifen. Und dann müsste er mich retten. Oder die Türen würden klemmen. Oder ich müsste ihn retten. Und wenn das alles nicht passiert, dann würden sie zumindest Musik spielen. Das wäre das beste. Das wäre das beste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017